Drei Gründe, warum du Handheld filmen solltest. Erstens, man hat ein leichteres Setup. Das heißt, man kann natürlich auch ohne Probleme vielleicht einmal den ganzen Tag auf einer Hochzeit oder auf einem Festival um ein Dummrennen, ohne dass es anstrengend wird. Zweitens, durch das, dass das Setup leichter und auch kleiner ist, ist man etwas flexibler und kommt vielleicht auch an Stellen hin, wo man mit einem großen Setup nicht hinkommen wird. Und drittens, es ist mehr Bewegung drin. Durch das, dass man automatisch wagelt, wenn man es Handheld hat, ist mehr Bewegung drin und das gibt dem Ganzen ein bisschen mehr Charakter und macht es ein bisschen spannender.